Hallo, ich bin der Helmut, aber eigentlich bin ich der Daniel aus Hochhausen. Hallo, ich bin die Helga, aber eigentlich bin ich die Loreen, komme aus Künzelsau. Ich denke, wenn man aus Tauberbischofsheim oder einem Ortsteil kommt, dann kommt man nicht drum herum, irgendwann Distelhäuser zu trinken. Es schmeckt einfach. Natürlich war ich interessiert, wie bestimmt jeder andere Biertrinker im Umkreis auch, dieses neue Helle, das da kommt, das man sonst nur aus Bayern kennt, mal zu probieren. Es hat eigentlich auf Anhieb gleich geschmeckt. Super Bier, super Helles, ja. Am liebsten genieße ich mein Helles zu Hause gemütlich auf der Couch. Am liebsten nach dem Fußballtraining, nach einem Fußballspiel mit den Vereinskollegen, mit den Mannschaftskollegen zusammen. Das schmeckt am besten. Mein Hellmoment war eines Abends, als ich dann halt das erste Helle getrunken habe. Es war einfach göttlich. Es gibt natürlich nichts besseres, wenn schönes Wetter ist, mittags irgendwo an einem See zu liegen und ein kühles Bier zu trinken. Auf die Distelhäuser Clubparty jedes Jahr. Die Clubparty ist natürlich immer ein Event jedes Jahr. Aber grundsätzlich freue ich mich über jedes frisch gezapfte, das man irgendwo auf irgendwelchen Festchen trinken kann. Auf viele schöne Hellmomente. Prost! Untertitelung des ZDF, 2020